Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Infinite World. Ich bin's der Black, ja und da bin ich und winke und hebe hier eine schöne große Grube aus wo der Draconic Core rein soll und ich glaube ich muss noch eins hinter, deswegen machen wir einfach noch eins. Das ist ja nicht so, als könnten wir es nicht, ne? So, aha, hier auch, plopp, und hier, plopp, und hier, plopp, und das machen wir extra. So, okay, ein Scheiß-Kies wieder, den müssen wir natürlich manuell entfernen. Emanuel, lass die Finger von manueller Arbeit, äh, nee, so was singt man nicht. Weil man muss ja auch manchmal fleißig sein, ne? Zumindest dann, wenn der Chef dabei ist. Äh, ich mein, äh, immer, 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 man muss immer Chef, äh, fleißig sein, äh, vor allem, weil, wenn, weil immer der Chef zugucken könnte, ne? Also, vorsichtig sein, ja. Naja, pscht, 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 immer ganz fleißig. Obwohl, ich bin ja mein eigener Chef. Macht's gut, Leute, die Folge ist beendet. Ne, 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 ne. Wir wollen ja hier unten, äh, das ganze Theater ausheben, äh, den Draconic Hoar. Und, ähm, ja, warum ich heute ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen, ähm, ja, durch den Wind bin, liegt halt daran, ich hab mich ein wenig geschlafen. Also, äh, bitte entschuldigt, weil es ist, äh, nicht unbedingt die spannendsten Folgen werden heute. Aber, ja, müssen wir halt auch mal durch. Was muss? Das muss. So, eins, zwei. Okay. So weit, so gut. Dann gehen wir hier hinter. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller, so. So, so. Und, äh, so. Und jetzt halt runter zu. Eins, zwei, drei. Depp, 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 depp. Ah, geht ein klein wenig schneller, die Erweiterung, auf diese Art und Weise. Ähm, mir fällt aber gerade ein, ich glaube, ich muss immer noch eins rausnehmen. Ich muss ja auch, wie gesagt, das ist ja nur die Grube, äh, die Innenmaße. Ne, ich bin ein Doofkopf, wie er am Buche steht. Äh, äh, also fangen wir wieder so an. Toll. Zwei. Drei. Vier. Immerhin haben wir dann hier hinten schon, äh, die Grube so weit ausgehoben. Das ist toll. Ich freu mich. So. Und so. Okay. Dann können wir jetzt eins, zwei. Drei. Erde. Mist. Ich denke, ich werde aber erst mal einlagern hier, sonst, äh, kommen wir wieder nicht hinterher. So. Weißt du was? Scheiß drauf, ich lagere alles ein, was ich habe. Ähm, manchmal kann man es ja immer noch gebrauchen. Man muss ja nicht alles wegschmeißen. So, das raus, das raus, das raus. Feuerstein raus. Äh, den, den, den. Äh, die, äh, Erze behalte ich noch im Inventar. Die könnten wir ja dann hier unten ins System hauen. Da habe ich aber keinen Zugang zu. Äh, deswegen, äh, bzw. Zugang habe ich natürlich schon, aber, äh, keinen Wireless Zugang, kein Radlos Zugang. Äh, und da muss ich dann erst hin. Bö, 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 bö. Okay. Eins, zwei. Und ein Sinwar. Toll. Gehen wir mal diese Erde hier überall. Ah, jetzt lächst es wieder ein gleich wenig. Sauerei. Eigentlich hat sich die Performance doch deutlich verbessert, äh, äh, nachdem halt, äh, die Welpen von Schuster nach abgeschalten sind. Klar, ähm, irgendwo begrenzt das halt alles. Aber, äh, manchmal, äh, reicht das halt immer noch nicht aus, wie es aussieht. So, gut. Äh, wir gucken mal, was wir an Laboratoriblocks haben. Äh, äh, Laboratoriblocks. Ähm, ich würde gerne hier kleine emaillierte Fliese. Unscharfe Platter. Bin mir nicht sicher. Äh, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Laboratoriblocks, die, die wir haben werden, wohl nicht reichen. Äh, den Boden selbst habe ich, äh, den schon eins tiefer gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher. Äh, ich glaube, der müsste, äh, von der Höhe her fast okay sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das, den Boden lasse ich mal aus. Den Boden lassen wir später. Äh, ich mache erst mal die Wände soweit fertig. Äh, damit das, äh, soweit hinkommt. Und so, damit wir da schon mal was haben. Heißt, wir gehen mal hoch, äh, und machen noch ein paar, äh, Laboratoriblocks. Das sollte ja kein Problem sein. So. So. Äh, äh, das Zeug rein hier. Nein, das eigentlich nicht. So, 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 so. Und dann raus mit dir. Schnipp, schnipp, schnipp. Pärtchen im Galib. Das ist erstmal genug, denke ich. Äh, Bernstein kann noch hier rein. Dann gehen wir mal runter. Hauen hier mal, äh, ganz vorsichtig diese Erze endlich rein, damit wir sie los haben. Das ist schwarz. Naja, gut, hätten wir oben oder unten machen können. Insofern ist das Wurst. Äh, so, die Wand hier haben wir mit, äh, solchen Blöcken gemacht. Dann werden wir auch die andere Wand wieder mit diesen Blöcken machen. Äh, und ich brauche natürlich auch ein bisschen Beleuchtung. Deswegen gehen wir hier hin. Äh, den Glowstone, den wir haben, den, äh, werden wir hier in diese, äh, das ist leere Platte, umglowstoneisieren. So, und, ähm, Schüssel brauchen wir noch. Mäusel. So, da ist er. Na, sehr schön. Toll. So, so ist besser. So, okay. Dann gucken wir mal hier. Leere Wandplatte. So, leere Platte. Leere Platte. Leere Platte. Leere Platte. Platte leere. Äh, oder so ähnlich. So, so, und so. Okay. Damit hätten wir schon mal den ersten Teil erfüllt. Schön. Schnipp, 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 schnurps. Äh, der malt noch. Hat uns inzwischen schon mal ein bisschen bemaltes Glowstone gemacht. Das ist toll. So. Reicht eigentlich, wenn ich eins reinlege. Äh, die anderen nehmen wir deswegen mit. Keine Energie mehr, oder warum machst du nicht weiter? Doch. Hm. Okay. Äh, Leitungsvergleichung bemalt mit Laborblock, bemalt mit Laborblock. Okay, habe ich jetzt verkehrten gemacht? Äh, Laborblock, leere Platte. Und die sind... Hoppla. Also, ich weiß auch nicht. Für mich sehen die gleich aus. Äh, 5, 3, 3, 1, 4, 2, okay. Anderes, äh, Dingens. Wahrscheinlich, weil ich die, ähm, mit, ähm, ja, ihr wisst schon, bemalt habe. Ist egal. Äh, wir nehmen dann halt erstmal die anderen. Ist kein Problem. Kriegen wir hin. So. Und deshalb gehen wir erstmal hier hinter. Und werden erstmal die hinterste Wand machen. Und zwar hier auf der Höhe. Ähm, mit... Oh, hier ist ein Loch. Ah. Hat jemand geschlampert. Äh, Bau bei der Arbeit. Also, Schlamperei bei der Arbeit. Damit es ja erstmal ein bisschen heller wird. Machen wir hier direkt mal hier so eine, so eine Leuchtleiste rein. Nööööööööööööööööööööööööööö. ich weiß nicht gar nicht. Muss die noch eins hinter? Könnte sein, weiß ich nicht. Ist egal, werden wir sehen. Können wir immer noch machen. Ich muss jetzt mal gucken. Wir machen erstmal quasi diese Leuchtleiste drumherum. Diese Leuchtleiste selbst gehört halt noch ein bisschen blopp blopp. Ne, ihr leuchtet gar nicht. Achso, ich habe wahrscheinlich irgendwas anderes bemalt mit Laboblock. Okay. Heißt, im Klartext, das kann ich dann auch wieder entmalen irgendwie. Muss ich mal gucken, wie das geht. Ansonsten, was ist das? Leitungsverkleidung. Ach, Leitungsverkleidung. Die brauche ich ja gar nicht. Also jetzt im Moment zumindest nicht. Wir brauchen Glowstone. Da haben wir ja noch ein paar Blöcke, die nehme ich direkt mal mit. Können wir auch noch ummalen und den hier alles ummalen. Glowstone, hier Leitungsverkleidung raus. So ist besser. Okay. Glowstone bemalt. Den hier raus. Jetzt geht das auch wieder. Und die Leitungsverkleidung tun wir da rein. Können wir zwar auch die ein oder andere noch gebrauchen, aber nicht jetzt. Deswegen das Zeug weg. Den Glowstone hier. Ne, der geht ja nicht rein. Mal weihalwegen. Ist so. So 48 Stück. Damit kommen wir vielleicht auch... Boah, es leckt ja manchmal doch schon ein bisschen. Aber ja, okay. Musst du durch. Musst du durch als durch, wenn du frisch werden willst. Und so. So, 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 so. Hier wollte ich die Wand drinnen machen. Das heißt, im Klartext, ich brauche mein Schäufelchen. Und werde mich mal hier, äh, erstmal in Sachen Kies, äh, tun. So, so. Weil, wie gesagt, der, der Teil der Wand ist ja noch nicht ausgehoben. Der soll ja weg. Äh, hier soll später, und mit später meine ich sehr bald, äh, nämlich, ähm, sag mal mal, eine richtige Wand hin. Das hier soll der Wandabschluss werden. Insofern wird das schon stimmen, hoffe ich mal. So, hopp. Beziehungsweise, ich hätte auch gleich... Naja, ist egal. Komm, machen wir erstmal so hier. Ja. Und dann kann ich auch hier hinten nochmal abbauen. So. Plüm. Ähm. Püm. Toll. Püm. 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 Und Püm. So. Und so. Besser so. Besser so als so, ne? So, okay. Hier zwei noch. Und dann kann ich auch die, äh, Runde sozusagen rummachen. Eins, zwei, drei. Nein, 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 nein. Okay. Äh, erreicht mir das als Gang, oder wollte ich das wirklich doch eins weiterformen? Ich glaube, ich mache das doch eins weiterformen. Weißt du was? Kommando zurück. Alles, was wir jetzt weggebaut haben, war unsinnig. Aber, ja, das darf ja keiner erfahren. So, das Teil noch. Äh, okay. Sollten wir es nochmal versetzen müssen, das werden wir dann sehen, sobald es soweit ist. Ich baue jetzt erstmal quasi den Grundrahmen. Und der Grundrahmen ist schön leuchtend, wie es aussieht. Und ich hoffe, der Rahmen reicht Okay, so weit reicht es schon mal Sieht das Ding halbwegs quadratisch aus Ein bisschen schon Gut, dann werden wir mal die Teilchen-Generatoren Für den Dingens craften Für den Draconic vor Und dann sehen wir ja auch, ob der halbwegs in der Mitte ist So, also Teilchen-Generatoren Genau, euch brauche ich Und zwar in großer Zahl Ich habe nicht mal Redstone-Blöcke mehr Kurz Zeit hier Wupp, 64, das ist okay Ich brauche eh noch ein paar mehr dann So Draconische Kerne App Jetzt habe ich alles in Barren verwurstet, ne? Naja, ist egal, wir haben ja hier hinten Sowieso noch ein bisschen was So So, vier Teilchen-Generatoren brauchen wir Das heißt, wir brauchen erstmal vier von den Draconium-Kernen Äh, eins, zwei, drei, vier Äh, Teilchen-Generatoren So Und so Fertig Hier Stück Sehr gut Äh, die nehmen wir mal direkt mal mit runter Äh, und äh, setzen die direkt mal hin Und zwar hier oben drauf Und zwar in die Mitte Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, zehn Heute Okay Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Und dann hier ist dann die Mitte Das sieht mittig aus Sieht zumindest mittig aus Das sieht ja auch schon mal was Und wie sind wir denn hier Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben Acht Neun, zehn, elf, zwölf Dreizehn, vierzehn Hm? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben, acht Neun, zehn Fünf, zwölf Dreizehn, vierzehn Hm? Okay Ähm, wir könnten das jetzt 15 machen Dann müsste ich, äh, da hinten die Wand nochmal rausruppen Äh, und zwar zweimal Äh, oder wir könnten, äh, das halt, äh, in der Dreizehner lassen Ich bin mir nüscht, äh, sicher, muss ich zugeben Ich glaube, ähm, wir können ja mal kurz aufbauen Und dann sehen wir ja, wie viel so ein Dreizehner braucht So, okay Öpp Bomb Und dann, ähm, gucken wir mal Eins Ich kann es zwar auch zählen eigentlich, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf Reicht mir das? Oder reicht mir das nicht? Das werden wir jetzt gleich sehen Also, eins, zwei, drei, vier, fünf War das fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf Okay, und noch einer mehr Lopp Durfte eigentlich reichen Ähm, ich mach das Ding dreizehn Das heißt, wir können das da hinten Weil das ja vierzehn sind Nochmal eins vorsitzen oder so So Okay Heißt im Klartext Äh, das Teil hier nochmal abgebaut Eingesammelt haben wir es, sehr schön Äh, und hier auch nochmal Äh, hier hin Dahin Dorthin So Und so Machen wir eine dreizehner Wand Huch Heißt auch, wir Heißt also auch Wir haben hier hinten Äh, genauso wie bei der anderen Wand Ähm, ein bisschen zu viel rausgerupft Aber, ja Macht nichts Gibt Schlimmeres im Leben Sehr viel Schlimmeres So Als nächstes bauen wir mal hier Diese Dinger wieder ab Zip, zip, zip Kann zwar sein, dass ich da gleich nochmal ein paar Als Hilfsblicke setze Aber Alles zu seiner Zeit Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Und dann hier sieben Müsste der da hin So Klopp Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Auf den siebten der da hin Okay Eins, zwei Drei Vier Fünf Sechs Und auf den siebten der da hin So, stehen die alle gegenüber? Ja, okay Und obwohl ich dann halt immer von der anderen Seite gezählt habe Ist das soweit gut Äh, kann man so gelten lassen Es kommt auch so ungefähr hin, wie ich es haben wollte Hier, der Gang wird dann halt vier breit Das ist auch okay So wollte ich das ebenfalls haben Äh, und, äh, ja Sieht gut aus Bin zufrieden erstmal Äh, das heißt natürlich Wir können so langsam anfangen Den Draconic Core zu bauen Äh, dazu mache ich mir mal klein wenig Hilfe Und hier auch Eins, zwei, drei, vier So, da kommt der Draconic Core rein Äh, okay Den müssen wir natürlich auch noch wursteln So, lalalala Äh Äh, äh Draconic Chor Kern Heißt das Ding Kern? Draconischer Kern? Äh, Dracon Ne Das ist es nämlich nicht Das heißt, wir gehen erstmal In den Ad the Draconic Und suchen es halt manuell So, ok, wird ja wohl nicht so schwer sein So viel ist ja nicht Hochspannungsmast? Ne, den brauchen wir nicht Zumindest noch nicht, jetzt zumindest Energiekern, Energiekern heißt er Ok Bin mir ziemlich sicher, dass es der Energiekern war Oder? Oder ist das der für die Energieerzeugungsquelle? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher Muss ich zugeben Aber ich denke schon, Stein der Auferstehung ist ok Kreativmutter, Schlüsselstein, bla 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 Reaktorstabilisierer, versetzter Empfänger Nein Administrativer, bla 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 Wirbern, Energiekern Amalette der Versetzung Fluchs durch, los, Fluchs durch Ne, da wird es schon richtig sein Energiekern Ist das hier eigentlich? Potentiometer, toll Dann bauen wir mal so ein Energiekern Sollte ja kein Problem sein Ein Wurzernkern, den wir nur in Anführungsstrichen viermal brauchen Eins, zwei, drei, vier Und ich weiß nicht wie viele Male wir bei dem anderen noch brauchen Müssen wir dann gleich mal gucken Energiekern, was ist das hier? Hochspannungsmast, ja Fluch Immer mal gucken Äh, so Hier brauchen wir nochmal zwei So Eins, zwei Okay Hop 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 Haben wir noch einen Neterstern, haben wir Sehr gut Haben wir auch noch Haben wir auch Eins, zwei Sehr schön Und dann müssten wir jetzt den Energiekern So weit hinbekommen Ja Woll Okay Energiekern Steht Check Wop An der hier hinten hin So So weit, so gut Äh, damit ist quasi die Grundabmaße Mehr oder weniger schon gegeben Jetzt würde ich gerne den, äh Kern aufbauen Äh Und, äh Dann hoffen Dass wir vielleicht nicht doch noch versetzen müssen Fällt mir jetzt gerade ein Weil ich brauche ja noch nach oben rum Wir werden sehen Wir werden sehen Ich hole erstmal jede Menge Redstone Redstone ist, denke ich, eine gute Idee Kann man immer gebrauchen Ist was Tolles, sowas So Redstone Da haben wir hier ein paar Redstone Blöcke Nehme ich die mal mit Na toll Geht ja natürlich nicht, wenn ich das Teil aufhabe Kann ich es ja nicht versetzen So Also gucken wir mal Eins Toll T1 ist klar Eins, zwei, drei, vier, fünf Und dann das noch Ich glaube, ich muss das doch nochmal alles nach außen ein bisschen versetzen Denn, äh Das wird sonst zu wenig Okay, weiß ich Bescheid Kriegen wir hin Und auch nach oben und unten 1, 2, 3, 4, 5 Wird es wohl nicht reichen Weil das Ding würde ja nur groß Wie man sieht 1, 2, 3, 4, 5 Ja Wir setzen das eindeutig alles nochmal ein bisschen auseinander Äh, und gut ist es Heißt natürlich auch, dass der Energiekern Weil ich hier hinten Obwohl ich den Könnte ich Den hier hinten in die Ecke reinpflanzen Könnte ich schon Will ich aber nicht Äh, deswegen werden wir hier hinten zwei Wände rausrupfen Äh, das heißt, äh, hier hinten nochmal nach zwei Äh, das heißt, auch diese hier werden nochmal versetzt Und der hier nach da Und der hinten nach hinten Dann passt das Okay Wir fangen aber hier hinten an Mit den eben zwei Wänden Wie ich gerade sagte So Also Wir machen erstmal die Größe Soweit fertig Den Rest kann man dann hinterher immer noch hauen Also Ich mach das mal von der Seite hier Damit ich hier nicht, äh In die Verlegenheit komme Versehen nicht irgendwas anderes wegzuhauen Dipp, 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 dipp Äh So Und so Okay Und so Dann können wir hier weiter Alles nochmal schön abgebaut Bis auf den Scheiß hier Braucht kein Mensch nicht Okay So, auch nochmal weg Äh Dann sollten wir vielleicht mal wieder irgendwas einlagern Weil ich wieder jede Menge Gemüse im Inventar habe Den ich nicht haben will So, 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 so Marmor Auch raus Das raus Okay Äh, dann Äh War es das hier, glaube ich, ne? Ja Gut Hätte natürlich den Scheiß noch mitnehmen können Aber Hätte, hätte, Fahrradkette Wie es so schön heißt Beb, 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 beb Beb Okay Äh, damit ist das hier schon mal Äh, so weit Äh, Geschichte Eins, zwei, drei Ne, 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 ne Ne, ne Ne, ne So Äh, die hier müssen natürlich auch alle nochmal versetzt werden Ne, eins Zwei Drei Vier Okay Genauso wie ihr hier Plipp Plipp Okay So weit so gut Es nimmt Form an Wieder mal Zum zweiten Mal Heute Aber Das ist halt auch der Fall Wenn man manchmal ein bisschen hin und her baut Und sich dann nicht mehr an die Größen erinnern kann Ja dann ist das halt so Was soll's denn Was soll der Geiz So Plipp 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 So Dankeschön Okay Bumm Und damit hätten wir quasi so ein Glowdown Dingens Was hoffentlich jetzt wirklich Breit Wie hoch ist Okay So weit so gut Wir sind einmal eins nach vorne Einmal eins nach hinten Das heißt der hier müsste ja eigentlich noch mittig stehen Ne Eigentlich Ich zähl mal Eins, zwei Drei Vier 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 Vünf Sechs Sieben Dann kommt da Eins, zwei Drei Vier 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 Wenn ich auf die sieben Sondern kommt auf die acht Deshalb nochmal abbauen Klub Jetzt weiß ich nicht mehr wo ich war Also fangen wir einfach von vorne an Verdammig Eins Zwei Drei Vier 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 aber erst einmal hier anfange, ähm, sag mal, die Grundformen und die Grundformen vorzugeben, so ähnlich, wie ich es jetzt schon mal gemacht habe, ähm, durfte das hinhauen. Deswegen werden wir auch jetzt nochmal, äh, so eine Dinge zu legen. Und zwar, 1, 2. 1, 2. Mach ich mit Absicht gerade so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 4, 5. 4, 5. Ja, jetzt trifft sich's da, wo sich's treffen soll. Den Energiekern, den knallen wir jetzt hier hin. Sehr schön. Dann können wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Und hier auch. Ich meine, im Notfall wäre da auch da gegangen, wo ich ihn hatte, aber, ähm, ja, soll ja auch schön aussehen, ne? Soll ja auch nach ein bisschen was soll's aussehen. Aber nur nach ein bisschen was. Ganz klein wenig. Also, okay. Äh, das wären sozusagen erst einmal die Grundabmaße des Plup des Energiekerns, so wie er halt irgendwann mal hier drin rumstehen soll. Ähm, natürlich nach oben und unten muss noch ein bisschen was gemacht werden. Das werden wir jetzt auch gleich erledigen. Äh, und zwar, ja, nicht mehr jetzt gleich. In der nächsten Folge machen wir das. Leute, danke für's Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denen. Tschüss.